Herzlich Willkommen zum Balcony TV Vienna. Ich bin Ena Helina und begrüße ganz herzlich Kaffee Duo. Hallo. Hallo. Alle zwei. Schön, dass ihr da seid. Auf einmal. Man glaubt es nicht. Ein Wahnsinn. Was werdet ihr spielen für uns? Wir spielen eine Nummer, die nennt sich A Day Out und ist auf unserem nächsten Album, das im Herbst rauskommen wird, zu hören. Aber das spielen wir jetzt einmal. Wir spielen es jetzt einmal, quasi Weltpremiere. Dankeschön. Take it away. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Oh, danke schön, diesmal lieben, das Kamel so mit. Wunderschön, das ist Musik, die Macht über die Zeit hat. Oh, das hört sich schön an, ja. Und passt auch zum Sommer. Ja, das ist gut. Manchmal wird es ein bisschen mehr, manchmal wird es ein bisschen weniger Zeit. Man verliert sich so herrlich darin. Das ist das Schöne an dieser Nummer. Ja, wir auch. Wir wissen auch gar nicht, wie lange wir jetzt gespielt haben. Es gibt es auch hier auch so. Stellen Stunden sein können, wir wissen es nicht. Ihr praktiziert das auch abendfüllend. Ja, ja, wir praktizieren das auch abendfüllend. Das nächste Mal am 13.06. in der Coco Bar. Wiener Gürtel. Wird schön werden. Das muss man sich auf jeden Fall anhören. Und dann, weil du gesagt hast, am aktuellen Album ist es nicht drauf, aber das aktuelle Album ist schon in Planung. Das aktuelle Album ist sogar schon aufgenommen. Und dann? Und dann kommt es raus. 26.09. Auch am Gürtel, Präsentation im Loop, 26.09. Das Album wird heißen We'll Play for Coffee. Auch eine Motivation. Ja, das ist unsere einzige. Ich bedanke mich sehr, dass ihr hier gewesen seid. Wir bedanke für die Einladung. Wir genießen noch ein bisschen die Aussicht, während wir abbauen. Das ist schön. Tune uns wieder rein nächste Woche wieder. Balcony TV Vienna.